hallo leute herzlich willkommen zu einem neuen video ich habe bei anderen youtuberin gesehen nämlich bei der lieben lovely horses ich werde euch den namen des kanals nach unten in die kommentare schreiben und die hat so ein cooles türenschild so wie dieses stopp schilder wo oben steht achtung pferdeliebhaber und das wollte ich jetzt auch mal machen da ich die richtig cool finde also ich muss sagen ich werde inspiriert durch lovely horses und da ist mir jetzt nicht so gut passt da hier habe ich jetzt noch einmal bringen und das sieht jetzt so aus da habe ich einfach das selber gemacht dieses foto und dann nach unten diesen diesen achtung pferdeliebhaber deshalb jetzt schon fertig ausgeschnitten ist einfach weißem papier und wie ihr seht das ist von mir wie hier passt auch nicht daher habe ich ihn mit dieser ich weiß nicht man sieht dann was daran geklebt und nun habe ich mir schon was vorbereitet nimmt rotes papier für dieses stopp und da das auch nicht passend zugeschnitten ist sehr gut sehr gut gemacht sind das hier zwei fehlen und wir holen mal die nummer drei die schon passt das schneide ich jetzt aus und dann sehen wir ja bei mir ist der rand ist nicht so groß geworden aber sieht es bei mir so aus dass ich ihn einfach normales papier und ich finde es sieht trotzdem voll cool aus was sagt ihr denn dazu so so oder so also hier oben dort sollte so eine abstimmung kommen und dort müsst ihr gut mittel oder ganz schlecht und noch mal ich wurde inspiriert doch loveli host und ich weiß dass das schnell mit patafix oder auch kleberknecht ich will jetzt an der tür befestigen und dann fehlen mich das noch mal ganz kurz so ich hab jetzt schon an der tür festgemacht und ich habe auch gerade eine freundin dieses bild gesnappt und die hat gesagt habe ich ja geschrieben also steht halt ja achtung verliebe was gesagt achtung ich bin auch ein bisschen lustig und ja so sieht es aus aber mir gefällt es mir gut und ja immer wenn man zu meinem zimmer reinkommt simons schild also das schild ist vorne raus und muss immer aufpassen alles die pferde liebhaber drin ok wichtig und jetzt werden bald auch der weiß und so weiter kommen online kommen und wenn ihr noch fragen wünsche ab in die kommentare ich meine handy könnte auch smileys ausnehmen aber ja und wir sehen uns beim nächsten video dass ich weiß nicht sicher ob dieses am dienstag oder am samstag kommt wenn es am dienstag online kommt sehen wir uns am samstag wieder wenn es am samstag online kommt sehen wir uns nächsten samstag oder vielleicht am dienstag wieder bis dann tschüss